Hallo zusammen, mein Name ist Bredina, ich bin 17 und mache bei der Scherer AG kaufmännische Ausbildung. Ich habe die Lehre ausgewählt, dass es der erste Schritt ist, um mein Ziel erreichen zu können, Abteilungsleiterin zu werden. Hallo, ich bin Tim, mache hier eine Lehre als Elektroniker bei der Scherer und momentan bin ich im ersten Lehrjahr und ich habe mich hier für die Lehre beworben, weil ich mich privat wie auch geschäftlich intensiv mit Elektronik auseinandersetze und ja, ich habe eigentlich mein Hobby zum Beruf machen können. Interessieren dich solche Sachen, wie ich hier mache? 18 Monate meiner Ausbildung verbringe ich im BBC in Bündlitz. Dort lernt man nicht nur viele neue Sachen kennen, sondern begegnet auch viele tolle Leute. In unserem Lehrbetrieb wechselt man sechs bis sieben Mal die Abteilungen. Zur Zeit bin ich im Personal. Ich arbeite dort sehr gerne, da die Abteilung sehr abwechslungsreich ist. Wir bieten nicht nur die kaufmännische Lehr- und Elektronikerlehrer an, sondern auch Informatiker, Fachmann Betriebsunterhalt, Konstrukteur, Logistiker oder Mechanikpraktiker. Haben wir einen von deinen Traumprüfen aufgezählt? Den bewirke ich jetzt bei der Scherer. Zusammen mit diesem Projekt. Ja, das war's. Und das war's. In der Scherer, du bist am besten. Mit dem Beid haben wir einen Einzelnen,